Hi, ich bin der Andreas. Ich bin die Elina. Wir arbeiten für Show Races in Red Carden. Wir machen Workshops gegen Rassismus und Diskriminierung in ganz Deutschland. Und wir haben uns überlegt, wir brauchen ein neues Element für unsere Workshops. Das wäre ein Doku-Film für Kinder und der müsste neu gedreht werden. 30 Minuten mit ganz vielen tollen Leuten aus dem deutschen Fußballgeschäft. Genau, wir sind heute hier bei St. Pauli, haben den ersten Teil vom Film gemacht, ein kleines Interview geführt. Und ja, ist eine Baustelle im Hintergrund zu hören, das ist nicht schlimm, denn unser Film ist auch noch eine Baustelle. Und damit wir da weitermachen können und das Ding sozusagen fertig kriegen, brauchen wir eure Unterstützung. Und wir brauchen jede Unterstützung. Jede kleine Spende hilft, damit dieser Film fertig wird. Und glaubt uns, wir arbeiten mindestens genauso hart wie die Leute auf der Baustelle da hinten.